Mojang hat ein neues Skinpack für die Xbox 360 Version von Minecraft veröffentlicht. In diesem Pack dreht sich alles um die Helden und Schurken aus dem Marvel-Universum. So findet man in dem Pack unter anderem die Skins von Captain America, Hulk, Spider-Woman, Hawkeye und Black Widow. Insgesamt befinden sich 35 verschiedene Skins in dem Paket. Interessierte Minecraft-Spieler finden das Skinpack auf dem Xbox-Marktplatz für 2,85 Euro. Unter dem Video findet ihr einen Link zur offiziellen Seite von Mojang, auf der ihr auch noch ein Vorstellungsvideo zu dem Skinpack findet.